Wenn man sich die Geschichte der Noris Network AG anschaut, sind wir als erster Internet-Service-Provider in Nordbayern gestartet. Wir wollten ins Internet und das war damals noch nicht so einfach, wie es heute ist. Wir haben Firmen, Weltkonzerne, kleine Mittelständler ans Internet angewohnt. Um qualitativ hochwertige IT-Dienstleistung anzubieten, brauche ich ein ordentliches Fundament. Das war die Geburtsstunde der Noris Network Rechenzentren. Der Kunde kann mit ganz normaler klassischer Co-Location bei uns beginnen. Man kann nahezu beliebig in Auslastung, Packungsdichte und Fläche skalieren. Bei den Systemen wird auf höchste Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit geachtet. IT-Sicherheit ist ein sehr starker Fokus für alle unsere Kunden. Dass wir unsere Rechenzentren, die wir haben, mit Zäunen, mit Iometrie-Zugängen aufstellen. Niedriger CO2-Ausstoß, skalierbare, modulare Systeme, die genau so viel Energie verbrauchen, wie gerade nötig und den höchstmöglichen Umweltstandard. Gleichzeitig besteht aber die Möglichkeit beim Kunden, Leistungen im Bereich OS-Betrieb, Mittelwertbetrieb, Datenbankbetrieb anzumieten. Zertifizierungen sind für unsere Kunden extrem wichtig geworden. Sie haben den Nachweis zu ihren eigenen Endkunden. Wir machen sehr offene Kommunikation auf Augenhöhe mit dem Kunden und sind sehr lösungsorientiert. Wir wollen Problemen auf den Grund gehen und die nachhaltig bereinigen. Sich mit Themen zu beschäftigen, die innovativ sind, um so die Zukunft aktiv selbst mitgestalten zu können. Das ist für mich der Neuris Spirit. Neuris Network ist für mich eine große Familie. Ich wünsche mir, dass es uns auch in Zukunft weiterhin so wahnsinnig viel Spaß macht und dass wir Leute begeistern können.